Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und ja, das wird jetzt auch nicht so lang gehen. Ich wollte euch einfach nur mal fragen, ob ihr Video-Ideen habt. Ich hätte zwar noch ein paar, aber ich will euch jetzt auch mal fragen, was ihr machen wollt. Ob ihr was mit ihm machen wollt. Für ihn könnt ihr mir auch noch Namen in die Kommentare schreiben. Aber ich finde, zu ihm passt auch schon Brownie ganz gut. Ja, Brownie vielleicht oder Cookie oder sowas. Nee, Cookie vielleicht nicht. Naja, egal. Schreibt einfach irgendwelche Namen für ihn in die Kommentare. Ja, das würde mich freuen. Und ja, dann nochmal zu den Videos. Schreibt einfach irgendwelche Ideen in die Kommentare. Ich schaue dann, ob ich sie nehmen werde, aber höchstwahrscheinlich schon. Ja, ob ich Schleich-Videos drehen soll. Mit Cookie oder wie auch immer wir ihn nennen wollen. Oder ob ich wieder mit meinem Pony Videos machen soll. Also mit der Simply. Ich schade mich. Ich schade mich. Vielen Dank.